Hey Leute, was geht's? Willkommen zu einem weiteren Tutorial zu FIFA 21 und heute zeige ich euch, wie ihr die meisten eurer Elfmeterschießen gewinnen werdet. Ich glaube, ich hatte bisher vier Elfmeterschießen in der Weekend League in FIFA 21 und ich habe alle davon gewonnen. Einmal hätte mir das fast ein 30-0 versaut, einmal hätte mir das fast die Top 200 versaut, aber ich habe da so meine Tricks und meine Sachen, die ich bei Elfmeterschießen mache und bisher haben die eine 100%-Erfolgquote in diesem FIFA-Teil und in diesem Video möchte ich euch erklären, worauf ich bei Elfmeterschießen, bei meinen eigenen Elfmetern, aber auch bei den Elfmetern des Gegners achte. Wenn euch das Ganze weiterhilft, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde mich auf jeden Fall freuen und wer meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hat, der sollte das auf jeden Fall tun. Dafür unter dem Video einmal auf Abonnieren drücken, ist ein Klick, dauert eine Sekunde, schon verpasst man keine Videos, Tutorials und Streams mehr. Vielen Dank und wir gehen direkt rein mit den Basics. Zu Beginn gehe ich nämlich erstmal auf die Sachen ein, die eigentlich so gut wie jeder weiß, aber die man sich unbedingt immer wieder ins Gedächtnis rufen muss. Nämlich als erstes, dass man beim Zielen, bevor man losrennt, sehen kann, wo der Schütze hinzielt. Ihr seht es im Hintergrund. Wenn ich hier zu Beginn nach rechts ziele, dann schaut der Schütze auch nach rechts. Wenn ich nach links ziele, dann schaut der Schütze auch nach links. Und wenn ich in die Mitte des Tores ziele, dann schaut der Schütze auch in die Mitte des Tores. Und das ist so wichtig zu wissen, dass man, bevor der Spieler beim Elfmeter losrennt, sehen kann, wo er hinzielt. Sobald man schießt, sobald man im Lauf ist, kann man natürlich die Position des Indikators noch ändern. Das heißt, man kann auch ändern, wo man hinzielt. Das sieht der Keeper nicht mehr, beziehungsweise da schaut der Spieler dann nicht mehr hin. Das ist komplett undercover. Aber zu Beginn, bevor man losrennt, sieht man einfach, wo der Schütze hinzieht. Warum ist das wichtig für euch zu wissen? Zum einen solltet ihr natürlich selber nicht immer da hinschießen, wo ihr als erstes hinguckt. Denn ein schlauer Gegner achtet darauf, dann wird dann die meisten eurer Elfmeter halten. Zum anderen solltet ihr beim Gegner darauf achten, ob er immer da hinschießt, wo er hinguckt. Wenn er drei Elfmeter macht und einmal da hinschießt, wo er hinguckt und zweimal nicht da hinschießt, dann vergesst das, dann braucht ihr nicht mehr darauf achten. Aber wenn der Gegner am Elfmeter schießt und bei den ersten drei Elfmetern da hinschießt, wo er auch hingeguckt hat, dann wird er das auch bei den anderen beiden tun, weil er einfach nicht weiß, dass er euch diese Informationen gibt. Und so werdet ihr dann die letzten beiden Elfmeter von ihm auf jeden Fall halten. Und dann habt ihr das Elfmeterschießen eigentlich auch schon in der Hand. Ich denke, am schlauesten ist es wirklich, wenn man ungefähr bei der Hälfte der Elfmeter da hinschießt, wo man auch hinguckt. Bei der anderen Hälfte schießt man genau in die andere Ecke. So gibt man dem Gegner durchs Gucken gar keine Informationen darüber, wo man hinschießt. Eine weitere Sache, die extrem wichtig ist, wenn ihr selber einen Elfmeter habt, ist das richtige Zielen. Denn ihr zielt beim Elfmeter dahin, wo der große Kreis ist. Ihr seht jetzt im Hintergrund, wir haben ein Standbild und wir haben den kleinen Kreis unten rechts im Tor. Und es gibt sehr viele, die jetzt denken, dass man nach unten rechts zielt und der Ball dorthin fliegen muss. Aber das ist überhaupt nicht der Fall, weil man zielt dahin, wo der große Kreis ist. Dieser Elfmeter kann flach in die Mitte gehen. Dieser Elfmeter kann rechts über das Tor rüberfliegen. Oder der Elfmeter kann rechts ganz weit flach am Tor vorbeifliegen. Das ist alles möglich. Denn alles, was sich in dem großen Bereich befindet, ist das, wo ihr hinzieht. Und ganz random, irgendwo in diesem Bereich wird der Ball hinfliegen. Wenn dieser Ball hier rechts am Tor vorbeifliegt, kann man sich nicht beschweren. Ich sehe sehr viele Leute, die so ihre Elfmeter schießen. Der geht dann rechts am Tor vorbei und die beschweren sich. Aber da gibt es nichts zu beschweren. Dieser Elfmeter ist nicht gut geschossen. Und das liegt an drei Punkten. Als erstes hat man zu viel Kraft benutzt. Bei Elfmeter sollte man nicht viel Kraft benutzen. Maximal zwei Balken. Wenn man mehr Kraft benutzt, wird der große Kreis einfach größer. Als zweites muss man darauf achten, dass, wenn ihr Schuss gedrückt habt und der Spieler am Laufen ist, ihr nicht zu sehr die Position, wo ihr hinzielt, ändert. Ihr geht dann nicht mehr nach rechts, nach links und nochmal nach rechts. Dadurch wird der Zielkreis einfach riesig. Das ist nicht schlau. Ändert es vielleicht einmal kurz, aber geht nicht hundertmal hin und her. Das macht keinen Sinn. Und drittens, nutzt auf jeden Fall Time Finish. In dem Moment, in dem euer Spieler den Ball beim Elfmeter trifft, müsst ihr nochmal auf die Schusstaste drücken. Dadurch aktiviert ihr ein grünes Time Finish. Und der große Kreis wird dadurch viel, viel kleiner. Und die Area, in die ihr zielt, wird viel kleiner, viel präziser. Das ist auf jeden Fall nochmal sehr wichtig. Und so verhindert ihr auf jeden Fall, dass der Ball einfach irgendwo hinfliegt. So sorgt ihr dafür, dass der Ball wirklich dahin fliegt, wo ihr den Ball auch haben wollt. Im Hintergrund sehen wir jetzt ein Beispiel von einem ziemlich perfekten Elfmeter. Ich ziele am Anfang in die Mitte, damit der Gegner nicht weiß, wo ich hinschieße. Das sieht er dann nämlich nicht. Denn kurz danach ändere ich nochmal die Position, wo ich hinschieße. Ich schieße dann nach links. Das Ganze mache ich langsam mit einer relativ geringen Schusskraft von ungefähr zwei Balken. Ich ziele ziemlich perfekt in die Ecke, benutze auch noch Time Finish. Und so ist der gegnerische Keeper sogar in der richtigen Ecke, aber hält den Ball trotzdem nicht. Weil das einfach ein perfekt geschossener Elfmeter war, wo der Gegner auch nur durch Glück die richtige Ecke erahnt hat und den Ball trotzdem nicht bekommen hat. Was soll er machen? Perfekter Elfmeter. Das waren die grundlegenden Tipps zur Elfmeter. Ich werde euch jetzt noch ein, zwei weitere Sachen sagen, die euch auf jeden Fall auch bei euren Elfmetern helfen werden. Ich glaube, viele haben Probleme damit zu zielen. Ich habe das in meinem Freischuss-Tutorial auch schon erklärt, wie es am besten ist zu zielen ohne zu wackeln. Denn die meisten, ich erkläre es hier jetzt einfach nochmal, die meisten zielen wahrscheinlich so, dass sie einfach mit dem Finger auf den Stick gehen und dann das Ganze bewegen. Und so wackelt man einfach pauschal relativ viel und das muss nicht sein. Da gibt es andere Methoden. Man kann es bei Euren Elfmeter so machen, dass man die Zwei-Finger-Methode nimmt, den Stick einklemmt und dann zielt. Und dann schafft man es eigentlich, ohne zu wackelt an der Position zu bleiben. Wem diese Methode nicht gefällt, der kann den Klemmer nutzen. Bei dem macht man den Daumen unter den Stick, zielt irgendwo hin und ihr seht es, der Stick wiegt sich keinen Millimeter. Ich kann Schuss drücken, keinen Finish aktivieren. Dann hätte ich jetzt in dem Fall einfach einen perfekten Elfmeter gemacht, damit, dass ich den Stick unter meinem Finger eingeklemmt habe und der sich einfach nicht bewegen kann und der nicht wackeln kann. Und ein paar Beispiele für sehr starke Elfmeter, die man so schießen kann. Seht ihr jetzt im Hintergrund, hier haben wir nochmal den, bei dem der gegnerische Keeper sogar das Eck erahnt hat, obwohl ich nicht hingeguckt habe. Der Ball aber trotzdem drin ist, weil er sehr platziert geschossen war. Dann kann man natürlich, wie gesagt, auch gelegentlich mal wirklich in die Ecke schießen, in die man auch guckt, solange man das nicht zu häufig macht. Hier ziele ich rechts oben in den Winkel, habe den Stick eingeklemmt, sodass ich da nicht wegrutsche, benutze das grüne Time-Finish. Und obwohl der Keeper auch hier wieder in die richtige Ecke gesprungen ist, hat er ihn nicht gehalten, weil er nicht den Schritt gemacht hat. Hätte er einen Schritt in die Ecke gemacht, wäre dann noch dahingesprungen, hätte er ihn gehabt, aber das machen die Allerwenigsten. Und, was auch extrem stark ist, zielt in den Winkel, haltet L1, drückt ganz kurz Schuss, so macht ihr einen Lupfer-Elfmeter und die werden in 90% der Fällen nicht gehalten. Also, selbst wenn der Gegner die Ecke erahnt, perfekt in den Winkel springt, dann hält der Gegner den Lupfer-Elfmeter eigentlich nie, weil die ziemlich okay sind. Also, ich würde sie jetzt auch nicht in einem Elfmeterschießen nur nutzen, weil irgendwann kommt der Gegner drauf und stellt sich schon in die Ecke. Und, ja, dann fängt der Keeper den Ball auch wirklich ab, aber wenn man die ab und zu mal einstreut, wenn die überraschend kommen, gibt es eigentlich keine Situation, in der irgendein Keeper die hält. Und ihr seht es jetzt im Hintergrund, trainiert ihr einfach mal in der Trainingsarena, geht generell mal in die Trainingsarena, übt dort Elfmeter, dann kriegt ihr Routine rein. Dann werdet ihr selbstbewusst bei Elfmetern und wenn ihr das hinbekommt, wenn ihr von euch selber überzeugt seid bei Elfmetern, dann werdet ihr auch eigentlich immer gute Elfmeter schießen. Und jetzt rotieren wir einmal, jetzt geht es darum, wie ihr am besten Elfmeter haltet und da gibt es auch eine Methode, die von sehr vielen E-Sportlern genutzt wird. Das ist nämlich die Ein-Schritt-Methode. Ihr seht es, denke ich, schon im Hintergrund. Jedes Mal, kurz bevor der gegnerische Spieler den Ball schießt, mache ich einen Schritt in die andere Richtung und springe dann einmal rüber. Dadurch decke ich nämlich nicht nur die Seiten, die ich springe ab, sondern auch die Mitte des Tors. Wenn der Gegner dann in die Mitte schießt, halte ich den trotzdem und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in der richtigen Ecke seid, erhöht sich plötzlich von 33% auf 66%. Das einzige Problem, das ihr hier habt, ist, dass wenn der Gegner richtig gut zielt, ihr den Ball eventuell trotzdem nicht haltet, obwohl ihr in der richtigen Ecke seid. Aber man sieht es ja beim ersten Elfmeter des Gegners. Wenn der erste Elfmeter Pfosten reingeht und der zweite Elfmeter vom Gegner wieder richtig platziert ist, dann nutzt die Methode gegen diesen Gegner nicht mehr. Das ist in den wenigsten Fällen so, dass die Gegner sehr, sehr genau zielen. Man sieht auch im Hintergrund gerade ein Elfmeter schießen, wo mich diese Methode gerettet hat. Es ist sehr, sehr selten, dass Gegner richtig gut in der Ecke zielen. Die meisten schießen einfach so halb in der Ecke und schießen dann ohne Kraft. Da ist die Methode perfekt. Wenn ihr einen Gegner habt, der richtig stark in der Ecke zielt, nutzt die Methode nicht, aber das ist in den seltensten Fällen der Fall. Und ich denke, wenn ihr das alles umsetzt, was ich euch in diesem Tutorial erzählt habe, dann werdet ihr so viele Elfmeter schießen gewinnen. Dann werdet ihr die meisten davon, die ihr habt, auf jeden Fall nach Hause holen. Und wenn euch das Ganze gefallen und geholfen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wäre ein nicer Support. Und wenn man den YouTube-Kanal noch nicht abonniert hat, kann das jetzt auf jeden Fall gerne machen, um keine Videos, Tutorials, Streams und sonst was zu verpassen. Ich bin raus, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.